Na, du Arsch. Hallo, Fettsack. Wie war deine Woche? Warst du aktiv? Donnerstag hat jemand angerufen. Hatte die falsche Nummer gewählt. Entschuldigung, aber ich glaube, dieser Kratzer hier war vorher noch nicht da. Ach ja, es war jemand für die Wohnung nebenan da. Ja, und? Strike. Beim ersten Mal. Ist wieder weg. Denkst wer? Gott, meine Finger. Blöde Kuh. Durch die Wände hört man jeden Furz. Die Hausverwaltung können Sie vergessen. Die Wohnungen sind nicht im gleichen Gebäude. Sie sind nicht mal im gleichen Arrangement. Wir müssen uns irgendwie arrangieren. Die zieht ihr besser nicht ein, klar? Sie brauchen gar nicht was auszupacken. Hören Sie endlich auf! Glauben Sie, damit schaffen Sie mich? Ich fühle mich in Gesellschaft nicht wirklich wohl. Mit Leuten. Echt bescheuert, dass man sich in solchen Situationen verhält, als ob man... Ich glaube, ich habe jemanden kennengelernt. Nein. Wie sehen Sie eigentlich aus? Groß und blond. Und Sie? Ich habe dunkle Augen, ein mediterraner Typ und trage Cowboy-Stiefel. Sie sind zu Hause? Nein, ich bin hier. Du hast dich für mich ja ganz schön aufgedonnert. Eigentlich sind wir zu 40. Moswa Charlotte. Wer spricht da? R-E-S-P-E-C-T. Es heißt R-E-S-P-E-C-T. Blödsinn. Willkommen bei der Spanischen Inquisition. Ich bin ein Gott. Selbst wenn ich ein Mann bin, ein Gott. Mein ganzes Leben in der Hand bin ich Gott. So y'all better quit playing with Gott.